Hi meine Lieben, das wird hier definitiv wieder ein Turbo Video, denn ich wollte diesen Schokololli verpacken, aber nicht so aufwendig, sprich wenn es an der Tür klingelt und man will halt was übergeben und das Bastlerherz ist aber nicht, da man klarkommt, es einfach nur so raus zu geben, sondern eben da, oh guck mal, da ist was selbstgemachtes bei. Ja, das wollte ich machen. Es ist wirklich was ganz schnelles, einfaches. Ihr braucht hier einmal ein Stück, was 10 x 11 cm ist und das falze ich bei, auf der 11 cm Seite bei 4,9. Normalerweise würde es bei 5 und 10 gefalzt werden, aber ich hatte es jetzt aber manchmal, wenn das Papier zu lang ist, ich kann es euch hier mal zeigen, dann hat das, hier war es, dann hat es hier so ein Stück übergestanden. Könnt ihr das sehen? Wartet mal. Da, eventuell, da kann man nicht gut sehen. Deswegen habe ich mich für 4,9 1. Falz und 10 2. Falz. Und dann bleibt 1 cm übrig, das ist die Klebelasche und dann auf der 10 cm Seite, egal ob oben oder unten, auch nochmal 1 cm. So, das falzen wir uns. Und dann wird ein bisschen geschnibbelt. Einmal hier ziemlich schräg einschneiden, dann kommt die Lasche hier weg, also wieder links neben der Falz, sodass die Falz rausgeschnitten wird. Hier anschrägen. Und hier auch ziemlich schräg anschneiden. Dann hier noch ein Stück. So, das ist eigentlich schon die Verpackung. Und hier und hier deswegen schräg, weil wir es gleich so zusammenkleben und damit die beiden Ecken, die da und die da, sich halt nicht im Weg sind, deswegen richtig schräg anschneiden. Und ja, jetzt ist es hier halt, hätte eben der Millimeter gekonnt, aber damit da eben nichts passiert und es auf jeden Fall schön übereinander sitzt, das ist dann eh hinten. Und von daher habe ich mich für 4,95 entschieden. So, dann kommt hier und hier auf die Klebelasche Kleber auf. Also, dann hatte ich nochmal Lust auf was Halloweeniges. Die Schokolollis habe ich bei Kaufland gekauft, für wen es interessiert. So, dann benutze ich das November-Set von Anne Stempel-Design. Da haben wir ein Buh. Buh. Mit einer Fledermaus. Ich zeige euch noch gleich, ich habe noch 4 weitere Verpackungen. Da habe ich auch noch die Fledermaus verwendet. Zeige ich euch gleich, damit ihr noch mehr Ideen habt. Jetzt brauchen wir ein Stück Weiß. Wartet mal, hier muss ich was abschneiden. Das dürft ihr noch nicht sehen. So, da stempe ich mir jetzt das Buh. Hier ist es mit Schwarz einfach. Hier so daneben. Da ist ein Fussel drauf. Das ist nicht der Stempel. Da war ein Fussel drauf. Also stempe ich mir hier nochmal. So. Das schneide ich mir jetzt auch einfach mit der Hand aus. Da mache ich gar kein El. So. Stempelkissen zu. Das matte ich mir mit dem selben Grün. Da kommt hier auch einfach ein bisschen Kleber drauf. Das Stempel-Set ist nicht mehr erhältlich. Deswegen ist das Abo halt so toll. So. Ja. Verpasst man keinen Monat. Aber ich dachte mir, es gibt bestimmt einige, die meinen Kanal gucken. Die auch das Stempel-Set haben. Und vielleicht denen das so an Ideen fehlt. Und jo. Deswegen habe ich es gemacht. Da dachte ich mir, ich zeige es euch. Oder es gibt ja auch noch tausend andere Stempel. Ähm, wo man... Wo man... Warte, ich hab mal so... Damit ihr alles seht, was ich verwende. Äh, tausend andere Stempel, wo Halloween-Sachen drin ist. Wobei ich gar nicht wirklich viel habe. So. Dann habe ich hier so ein Geist. Das ist so ein Standstel, was ich mir mal irgendwo gekauft habe. Keine Ahnung. Habe ich schon ewig und drei Jahre. Da mache ich mir die Flügel so ein bisschen hoch. Oder die Hände. Oder was auch immer das ist. Klebe mir hier... Das Buch drauf. Mache hier mal Kleber drauf. Einfach nur ein bisschen. Und stecke das quasi so ein bisschen unter seiner... Ich nenne es jetzt mal Hände. Ich weiß nicht, was es ist. Haltet. Ja. Dann habe ich auch... Ich weiß nicht, woher... So ein ganz Mini-Set. Da ist ein Hut. Da ist ein Totenkopf. Da ist ein Kürbis. Da ist alles Mögliche bei gewesen. Und da nehme ich mir hier diesen Hut. Setze dem Gespenst auf. Und dann habe ich überlegt, den Totenkopf hier... Ja, machen wir auch noch. Mache ich mir hier an der Seite noch. Bups. So. Das wird erstmal die Verzierung. Das kann man einen Moment trocknen. Dann brauchen wir natürlich Motivpapier, um das hier ein wenig zu verzieren. Da habe ich hier so einen Block von Doodlebuck. Auch schon ewig und drei Jahre alt. Aber tatsächlich auch das Einzelpapier, was ich habe. Und da habe ich mir das hier jetzt mit den Augen rausgesucht. Und da brauchen wir ein Stück, was 4,7 Zentimeter breit ist. Und 8,6 hoch. Das kleben wir auf. Das hat wie gesagt, wenn es klingelt an der Tür oder wenn man den Arbeitskollegen was in den Schrank legen will. Oder die größeren Kinder in eine Schule mitnehmen. Oder was weiß der Kuckuck. Ja, und das klebe ich mir bis da rauf. Und dann stecken wir den Lolli rein. Und dann war es das im Prinzip schon. Also ganz simpel und einfach. Aber man hat halt nicht einfach nur F den Lolli übergeben. Sondern hat halt da noch ein bisschen gewerket. Ich habe mir hier gerade noch einen Punkt unter dem Totenkopf. Einen Moment anhalten. Und dann stecken wir den Lolli rein. Da habe ich hier das unterste umgeklappt. Na gut. Der ist jetzt für die Tonne. Aber ihr wisst nicht. Nein. Naja. Aber es ist Halloween. Da darf doch mal die Welt auf dem Kopf stehen, oder? Naja. Oh nein. Man steckt dann den Lolli da so rein. Und jetzt zeige ich euch noch die Beispiele, die ich noch gemacht habe. Bei den anderen Figuren, die sind alle ein Ticke kleiner, da guckt der Kopf nicht raus. So. Da habe ich hier ein weißes Gespenst. Da habe ich hier zum Beispiel die Fledermaus in orange mit auf den Spruch gestempelt. Hier habe ich ein schwarzes Gespenst ausgestanzt. Und hier die Fledermaus in schwarz mit rauf gestempelt. Hier habe ich, weil in dem Papier auch Wolken sind, einfach mal eine Wolke als Hintergrund genommen. Und das ist auch ein Stanzteil. Und wieder dieses Blue. Und auch hier habe ich ein Stanzteil verwendet mit einer Spinne und einem Spinnennetz. Und auch das Blue rauf. Und da habe ich so lila einen Rest genommen und so als Wimpel einfach dahinter geklebt. Ja. Ist mir egal. Steht die Welt halt auf dem Kopf. Oh nein. Naja. Fehler passieren. So. Ich hoffe, die schnelle Verpackung hat euch gefallen. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.